So, hallo ihr Lieben, wir sehen uns auf der Lesung heute in Berlin oder in München am Freitag. Heute reden wir mal, wenn der Hund hier wieder ein Theater macht, reden wir über Seelenverwandtschaften, passenderweise. Und ja, wie damit, also manchmal auch regelrecht Missbrauch betrieben wird, muss man einfach so sagen, mit diesem Begriff. Und zwar, meinen wusste ich vorher auch schon, aber ich habe jetzt mal eine Netflix-Serie geguckt, kann ich nur sehr empfehlen, Escaping Twin Flames heißt die. Und da ist mir echt der letzte, nicht vorhandene Weißhaltszahlen rausgefallen, wenn ich das gesehen habe. Also das ist wirklich Next Level, Ausnutzen von liebessüchtigen Menschen. Also das ist wirklich fucking unfassbar. Also in dieser Doku geht es darum, dass, ja, dann so ein lustiges Paar ist, was sagt, sie sind Seelenverwandte und wollen das natürlich anderen beibringen, dass sie auch ihren Seelenverwandten finden. Und was natürlich auch beinhaltet, dass man Leute hinterherläuft, die einen sowieso nicht haben wollen, dass man, ja, sagen wir mal, was ist, dass man unter Umständen toxische Beziehungen führt, weil da entsteht ja vor allem das Gefühl der Seelenverwandtschaft. Und dann denkt man doch, man kann nicht rausgehen, weil man ja Seelenverwandt ist und das geht natürlich nicht, weil das ist ja der eine. Und wenn sogar der Guru sagt, das ist der eine, dann kann ich da jetzt nicht rausgehen aus dieser Beziehung. Dann ist es ja der eine so, also das ist wirklich so eine schlimme psychische Verdrehung und, was ich schon gesagt habe, Vergewaltigung. Aber, also das ist wirklich so furchtbar, dass man, ja, dass mir da, ich weiß nicht, das ist einfach Next Level und dann haben die da so verschiedene Hierarchien, wo man aufsteigen kann und muss natürlich überall ganz viel Geld bezahlen und nur damit man seinen Seelenpartner findet, wo ich immer denke, hey, ja, da werden so Kindheitswunden, werden da monetarisiert irgendwo auf eine Art. Und wir wissen ja, das wird ja auch zunächst, da bist du mit deinem Seelenpartner zusammen und das gibt es trotzdem nur Probleme, wie gesagt. Und dann haben die noch so ein Konzept von, es gibt nur den einen, also du darfst dann noch nicht mal die Beziehung wechseln oder so, weil das ist ja dann einer Seelenpartner. Und ganz gruselig, also mir ist das so ein Dorn in den Auge, wenn so spirituelle Konzepte so benutzt werden, um Leute, ja, bei einer Stange zu halten, zu verwickeln, auszunutzen. Also das ist mir ein absolutes Gräuel, sage ich ganz ehrlich. Was haben wir denn da? Also es gibt ein tiefes Gefühl von Verbindung, wo alles, was wir wissen, also natürlich ganz Seelenfamilien, ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es so etwas geben kann wie Seelenfamilien, wer weiß das schon, will ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es wird eigentlich so ein Gefühl, was man aus der Kindheit mitbringt, so ein Wundengefühl, und was man dann in einem Partner sieht, der vielleicht die gleiche Wunde hat wie die Mutter oder der Vater. Und dieses Vertraute, und selbst wenn es auch irgendwas anderes darüber hinaus wäre, wird irgendwie so auf den Podest gehoben, dass man den Leuten nicht mal die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, ich will das aber gar nicht, das tut mir nicht gut, oder liebessüchtige Beziehung ist vielleicht nicht das Beste, was es hier gibt auf dem Planeten, es tut mir nicht gut, es zieht mich runter. Also wirklich die Liebessucht von Leuten wird einfach fucking ausgenutzt, sagen wir mal, wie es ist irgendwie, also für manchen bewusst, für manchen wissen es vielleicht nicht besser, aber du bleibst einfach auf ewig hängen in Konstrukten, die entweder nie zu einer Beziehung werden irgendwie, weil du denkst, du bist ein Seelenverwandter mit jemandem, der dich gar nicht haben will, oder du bleibst in toxischen Strukturen stecken, wo du unter Umständen ausgenutzt bist, mit irgendwelchen Konzepten, ja, dass du halt erst die Arbeit machst, und dann macht irgendwann, macht der andere die Beziehungsarbeit, was natürlich nie passiert, oder selbst wenn beide denken, ja, wir sind Seelenpartner, wenn es nur das ist, okay, jetzt können wir ja nicht mal rausgehen, das ist wirklich wie so ein altes katholisches Konzept, so, jetzt können wir ja nicht mal rausgehen, weil jetzt sind wir ja Seelenpartner, jetzt sind wir ja festgetackert hier und können ja jetzt nicht unzufriedeneinander sein und vielleicht was Neues wollen, also ich finde das einfach nur gruselig, 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 lasst euch da nicht reinziehen, lasst euch wirklich, arbeitet an eurer, wo auch immer mein Fegen, arbeitet an eurer Liebessucht, aber gebt diesem Scheiß wirklich nicht nach, dass ihr da Haus und Hof verliert an Rotzbeziehungen, an Krümelbeziehungen, die es einfach nicht wert sind, nur, ja, weil eure Kindheitshunde da irgendwie vielleicht nicht geheilt ist oder so, ne. Boah, da kann ich mich richtig, ähm, richtig drüber aufhegen und ist für mich auch, was an dieser Doku auch so deutlich wird, dass auch Menschen so dieses Konzept von romantischer Liebe auf so einem Podest stellen, natürlich ist das eine tolle Sache. Ich bin überzeugt, jede, im Erwachsenenalter kann jede nachhaltige Verbindung, die kann nur aus dem Inneren kommen, das kann nicht über einen anderen Partner kommen, weil ein anderer kann, diese Löcher, die du hast, die kann der nicht stopfen, und es wird aber, da ist immer diese Fantasie, wenn dieser richtige Mensch auftritt, dann werde ich glücklich sein. Ja, vielleicht bist du dann ein paar Monate verliebt, aber ich kann dir eins sagen, wenn du nicht glücklich bist, macht ein Partner dich auch nicht glücklich, ne, nicht dauerhaft zumindest so, ne. Die Themen kommen alle wieder und also dieses Gefühl, was man dem Partner bringen soll, wird auf ein absolutes Podest gehoben und wird dann gesagt, das ist das Paradies auf Erden, ähm, ja, natürlich ist Liebe das Tollste irgendwie so, aber das muss aus dem Inneren kommen, das muss aus dem Gefühl kommen von, äh, ich bin mit mir total fein irgendwie, ich fühle mich in mir voll, da sind keine riesigen Löcher, die erst gestopft werden müssen, äh, ich kann auch alleine leben, ich kann auch Single sein, ich kann so für mich die Schönheit dieser Welt genießen und dann kann ja gerne noch was dazukommen, tolle Freundschaften, meinetwegen auch Sex und, äh, und, ähm, ja, romantische Beziehungen, why not, ne, aber das ist nur so einer obendrauf, deswegen habe ich ja auch, äh, ich finde immer das richtige Buch nicht, hier habe ich ein Buch geschrieben, Neue Dimension der Liebe, um diese unterschiedlichen Arten von Liebe, äh, sich nochmal klarzumachen, dass es eben sowas gibt wie, ähm, niederschwingende Art von Liebe, die eben mit Ego und, und Liebessucht dann hergeht und es gibt, ja, es gibt höher schwingende Arten, müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen, was besser ist, aber höher schwingende Arten, wo es eben nicht mehr so viel ums Ego geht und, ähm, ja, wo du dein Tier lieben kannst, irgendeinen Menschen lieben kannst, du kannst deinen Kühlschrank lieben, äh, ja, es ist alles Liebe und, ähm, aber du bist nicht so abhängig davon, es entstehen keine Abhängigkeiten, Abhängigkeiten sind immer 3D irgendwie, ne, das ist, Liebessucht, aus Liebessucht kann nie irgendwas Vernünftiges erwachsen, außer drogenartiger Spaß irgendwie so, ne, ähm, ja, gibt es auch noch andere Stellen, die man eigentlich auch kritisieren müsste, wo das auch verwurstet wird, aber belassen wir es mal dabei, guckt euch das gerne mal an, es ist wirklich, man fällt wirklich hinten rüber, also diese, diese ganze Szene ist irgendwie so kaputt irgendwie, das ist, ich weiß, ich bin da einfach manchmal echt ratlos, aber gut, ich, ähm, kann ja nur meine Meinung zu sagen und, ähm, wirklich das, also ich würde wirklich schon sagen, immer wenn ihr in solche Strukturen kommt, die so nach außen so abgeschlossen sind, so ein bisschen säckenartig mit, mit tausend Hierarchien und, und mit irgendwelchen Schwurbelkonzepten, die kein Mensch eigentlich, äh, die eigentlich gar nicht gefüllt werden und mit irgendwelchen Verpflichtungen einhergehen und irgendwas darf man dann nicht und man darf aber auch nicht raus und dann, okay, lauft so schnell, ihr könnt, kann ich nur sagen. Guckt es euch mal an, es ist wirklich krass und was denkt ihr dazu, schreibt es gerne in den Kommentaren und wir sehen uns bald wieder, ciao, lieben. Musik 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 Musik